Ja, da hören wir so'n Doppelwopper mit Schieß, der passt schon. In der Stunde sind ja da. Holger! Ich kann nicht so fahren. Vorsprung holen. Party! Ich fühl's aus. Ich fühl's dann. Ich bin total gespannt, was ich jetzt verpasst habe. Ey, was geht denn? Peter! Hello! Peter, ich hab jetzt Headset. Jetzt gibt's keinen Terror mehr von meiner Seite. Ey, True, es wär krass. Gell, jetzt kannst du mich hören und reinreden und es wird nicht zur doppelten Belastung. Krass, Mann, ja, ich merk. Ein Linkart hast du Oro, oder was, True? Richtig. Schon gefahren? Ne, ich, äh, ja, was hast du jetzt gefahren? Ich hab's probiert im Konrad. Dieses 40 Euro Lenkrad hab ich geholt. Ähm, Trustmaster Ferrari GT Experience. Gell? Und das Game hab ich geholt für 23 Euro. Und im Headset hab ich mir gewählt. Ne, da war ja auch 100 Euro los. Aber das ist mir jetzt auch wert. Ja. Aber jetzt hab ich Pedale, Lenkrad, Headset und Game. Was? Und Fire Garantie auf alles. Boah, so will ich. Ey, Teurer, wie war denn hier das Passwort Hero vom TS? Ja. Und der ist schon weg. Der kommt in Stunde ist ca. wieder. Alles klar. Warte mal, wo finde ich denn jetzt hier nochmal die IP vom TS? Kann ich dir sagen, wenn du... Ah, da, ich hab... Warte, ich hab's schon, ich hab's in my party. Ah, das ist schon geil, wenn man einfach nur redet, ohne Knopf zu drücken. Das geht nicht. Du, das... Och, du wirst Battlefield viel besser hören und alles. Und spielen. Ja, spielen sowieso. Das ist... Ja, dann mach ich immer Fehler, ne? Wenn man antworten. Da kann ja keiner was dafür. Das ist ja mein eigenes Problem. Das hab ich bestimmt nicht mehr. Ich muss mich bloß noch dran gewöhnen, weil ich die ganze Zeit immer Mausrad drück, während ich rede. Jetzt nicht. Aber aus Versehen wird das schon mal ein paar Mal drücken. Nein, hoffentlich fahr ich gut. Lori kommt gleich noch. Geil, einfach mal dran. 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 Amen.